Ab dem 1. November 2017 ist dieses zu mietende vier Zimmer Rhein-Mitte-Haus bezugsfrei. Das Rhein-Mitte-Haus befindet sich in Anzing. Das im Jahr 2017 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 50 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von 121 Quadratmetern. Die monatliche Kaltmiete des Hauses beträgt 1.150 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.